So, wenn man das aufmacht und mit Eigendruck schießt man von der Flasche über die sechs Atmosphären dann in den Halsen. Ja, das ist der falsche Öffner, sagen wir so. Oh, die Flasche ist relativ klar, das machen wir auch schon ein bisschen professionell. Man sieht, man verliert ein bisschen in der Flasche, das wird wieder mit der nächsten Flasche aufziehen. Nein, 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 das ist Leuwelle, das ist jetzt 10 Milliliter, und die Flasche ist relativ flach.